Was hast du gemacht? Hast du die Standardklassen einfach zu gelassen und nichts dran gemacht? Dann musst du schon editieren und einfach nichts rein tun. Du gibst hier nur dann nichts machen. Weißt du? So ein Pop, ey. Diese Aufnahme, ey. Ich drücke Aufnehmen. Was steht da? Der Host hat das Spiel beendet. Oh, ja. Warum hast du beendet? Hast du keine Klassen gehabt? Der Kipsaum-Modus, der ist kein im Lauf oder so. Kein Lauf einfach, weißt du? Hey, wie macht man das, dass man einfach nur Messer hat, Alter? Indem du da in den Editor gehst? Danach left zähförein. Ich hab einfach keine Waffe daraus gehst. Du 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 du… Junge. Das hab ich gemacht. Ab. Mach einfach P990 oder so. Junge, du futt immer noch Dings nehmen. Boah, der Typ so. Schade. Tadaaat. Dadadadaatadaat ... Jetzt du's mach einfach so irgendwas. Hauptsache ich könnte her BB. Kein Kuus. So, jetzt gucken wir, ob das funktioniert. Oh Gott. Es funktioniert. MW3 startet. Es funktioniert. Sag dich doch. Ich musste einfach nur irgendwas ausgeben. Keine im Lauf. Keine, wirklich gar nichts. Das ist so ein Zerber, null. Und natürlich nur Wurfmesser. Wurfmesser? Ja, aber Lukas, du wirst das nicht. Du wirst das nicht. Du wirst das nicht. Das ist geil, Wurfmesser. Und dann wirst du das. Wenn schon. Lol. Das ist einfach bestell. Bestell. Digga, wirst du mich verarschen. Dreimal stecken geblieben in deiner scheiß Visage. 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 Da ist es. Visage. Hinter dir. Wirft. Fuck. Nein. So inkompetent. Alter, what the fuck. Ich wollte mein Messer wieder haben, Mann. Lolololololol. Lolololololol. Lololololol. Lolololololol. Lololololol. Oh yes. Lolololololol. Lolololololol. Lololololololol. Oh yes. Das ist all. Oh yes. Ich bin all. Alles hochziehen. Alles. Ich schieße dich ab, Alter. Fick dich. Du bist scheiße. Ey, ich werd mein Messer wieder aufheben, du vollidiot. Ist mir doch egal. Für mich kannst du auch deinen Penis aufheben. nachher. Ach du checkst mir. Hartgeiz. Das musst du lesen. OMG. WHAT THE FUCK. Süß. Bitte. BITTE. Lord. Süß, hast du das Ghzio, gesehen? Ich glaube, jetzt ist es gerade afkar. Er hat immerhin dich minimiert, ja. Ich hätte doch Extrembeschleunigung hinzufügen sollen. Oder vielleicht so Abschuss... Abschussserien. Wäre auch geil gewesen. Predator oder so. Oder Drohne. Was ist zu Daniels da? Lukas, du bist so all. Wieso konnte ich dich nicht messern? Ich war mal sechs Kills hintereinander. Du bist so all. Ja, Digga, hinter dir. Sag das doch vor. Du doch nicht. Was ist jetzt mit Cis wieder los? Der AFK strikes again. Weißt du, was lustig ist? Ich auch nicht. Jetzt hast du dich mit dem Professer-Dings. Wie geil. Meine Mutter hat so eine Karte gefunden, Alter, wo ich so... Also vierte Klasse oder so. Das erste Mal, wo ich hier in die Schule gegangen bin, ja. Wo ich so eine Postkarte so einer meiner Mutter geschrieben habe. Ey, ohne Scheiß geht ohne Haar. Wandern ohne D, weißt du. Einfach so komplett behindert. Ey, Cis, hast du das Wurfmesser gesehen? Das hätte ich locker treffen müssen. Ey, Lukas. Ey, verarschen, du. Einfach die ganze Zeit nach hinten gehen und in dem Moment, wo ich ein Messer... ... nach vorne. Easy Mode. Verarschen. Ja. Schon ein bisschen. Ey, Cis, hast du das Wurfmesser gesehen, was ich gemacht habe? Over the Map? Ich hab's gemacht, das Wurfmesser, ey. Halt die Fresse, Alter. Das war so klar, Alter, dass Dome gleich ankommt. Ich beginne mich mit Ollen. Ich war hinten bei dem Laster, bin da gespawnt, bin da so rausgesprungen, wo dieses Fahrzeug ist. Hab so over the Map geworfen, hab dich getroffen. Wie mich? Doch, ich hab... Ich war afkar, oder? Nein, 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 du warst nicht afkar, da warst du noch nicht afkar. Ich hab's gar nicht bemerkt, da kann meine Mutter schon sein... Ja, wahrscheinlich war's irgendwie genau in dem... Lol, was macht der? Seid ihr irgendwie behindert? Wie ist es bestimmt aus, Alter? Ich bin ein bisschen behindert, Alter. Lol, wo bist du? Lol, wo bist du? Mama? Spring. Schön, Alter. Ja, so sagst du. Mama? Mama. Wo bist du, Mama? Mama, wo bist du, Mama? Mama, wo bist du? Mann. Hallo? Nein, was? Ey, was soll der Scheiß? Ach ja, wir spielen ja übrigens Messer only, ne? Also, wenn sie doch jemand nicht bemerkt hat. Nee, wir spielen Skyle mit erweitertem Magazin. Hinter dir, du Bob. Sag das doch früher. Das ist so lustig. Wenn man so zwei Leute auf einen zulaufen sieht und der hinterher einfach... Ey, wisst schon, dass ich ungefähr eine Minute zu dir da war und dich euch aufhole. Oh, ich bin sogar erster. Soll ich mir was sagen? Ich bin letzter. Mit? Alter, 650. Ist ja... Ist ja nix. Ja, was für beiden Seiten. Dumbl, Dumbl Messer penetriert. Das war nicht Dumbl, das war Dumbl. I don't care. Dumbl, Daniel. Dumbl und... Lukas. Ey, wenn ich einen Wurf meistens immer viel zu früh wegwerfe, ne? Das ist so oll. Ey, wenn ich einfach viel zu früh Messer, Alter, das ist so behindert immer, ne? Was? Dumbl. Ich bleib einfach stehen, ja? Ey. Ey, Junge, du bist so oll, ne? Ohne Witz, Daniel. Ronja, wie hat's? Komm her, komm her. Ich hebe mein Messer. Fick dich! Loll, war ich schlecht. Geilste Taktik einfach. Einfach stehen bleiben. Komm, komm, los, komm. Schade! Schade! Schade, schade! Nee, da war nichts. Go away! Oh, ist Dumbl, hm? Da ist Dumbl, da ist Dumbl. Fuck! Lol! Das ist einfach, wenn man den T-Revisit einfach weglaufen. Da, da ist Dynamo! Da, 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 da! Nein, lass dich nicht von dem Killen, bitte! Fuck! Läuft bei dir, Daniel! Okay. Na, fuck! Was ist da? Ey, komm her. Ey, Lukas, war aber einfach so schlecht, oder? Komm her, ha? Was, Lukas, ist erster? Ey, kein, kein Kill mehr Lukas geben. Wie soll ich das machen, Mann? Das ist nice! Nein, 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 nein! Fick dich! Nein, 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 nein Das war's für diese Folge, ich hoffe es hat euch Spaß gemacht, tschüss und bis zum nächsten Mal iReview. Was? Ich bin zwischendurch so abgegangen.